Hallo Freunde des militärischen Zeremoniells, ich bin Bonsai und heute beschäftigen wir uns in einem kurzen Video mit den Anfängen des militärischen Ehrendienstes der jungen Bundesrepublik Deutschland. In einem Kommuniqué forderten die Vereinigten Stabschefs 1950 die Wiederbewaffnung Westdeutschlands mit den Worten, die Vereinigten Stabschefs sind übereingekommen, dem Rat der Außenminister zu empfehlen, dass Westdeutschland gestattet werden soll, 5000 Mann Bundespolizei zu haben, die Staatsschutz genannt werden soll. Im März 1951 beschloss der Bundestag daraufhin das Bundesgrenzschutzgesetz und die ersten Beamten rückten im Mai des gleichen Jahres in die Kasernen ein. Von diesem Augenblick an war der BGS für das Stellen von Ehrenposten und Formationen zuständig, beispielsweise bei Staatsempfängen oder Totenwachen. Nach Aufstellung der Bundeswehr 1955 übernahm diese ein Jahr später dann den militärischen Ehrendienst. Anfänglich noch mit US-amerikanischen M1 Carbine ausgerüstet, nutzte das ab 1957 aufgestellte Wachbataillon ab 1958 für Protokolleinsätze den Karabiner 98 K. Bis heute. Ab 1964 dann auch wieder mit eigener Truppenfahne. Nutzte die Volkspolizei der DDR anfangs ebenfalls noch Wehrmachtsgerät, wurde die kasernierte Volkspolizei ab 1952 bereits mit sowjetischen Waffen ausgerüstet, auch zum Ehrendienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017